Achtung, fertig, los! Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nicht zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen. Wer sitzt hier? Oskar sitzt da. Wo ist dein Portemonnaie, Oskar? Ich hab keins. Und das hier? Freunde, wessen Platz ist das? Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so. Wir haben hier eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen. Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken, wenn du eine Ahnung hast. Herr Liebenwerder? Das Wichtigste, was ihr verstehen müsst, ist, dass ein Beweis immer eine Herleitung braucht. Schritt für Schritt. Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind. Hast du sie noch alles? Oskar! Alles Okay? Hey! Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, riech ihm die Beine. Willst du mich an meinen Namen nehmen? Hier werden ganze Existenzen vernichtet. Bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen. Schämen Sie sich. Sein Blödsinnismus in Katze einfach zu Hause sagen. Was sind das für Meinungsverschiedenheiten? Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017